Die Frauen selber haben Initiativen ergriffen und gesagt, wir machen jetzt lokale Spar- und Kreditgruppen. Und mit dem Geld, das wir selber in die gemeinsamen Kassen tun, können wir uns selber kleine Kredite geben, die dann wiederum ermöglichen, dass eine Frau zum Beispiel ein kleines Tier kauft, das aufzieht und dann mit einem Gewinn verkauft. Alle Leute, die in der Kampf gegen die Erosik-Kredite intervenieren, sind die Kredite und die Kredite unterhalten. Hex und Endapronat finanzieren in dem Sinn keine Kredite, wir geben keine Geld in die Kasse, aber wir unterstützen die Frauen, das Geld gut zu verwalten. Unsere Unterstützung ist nur, etwas aufzunehmen, was sie angefangen haben. Und das ist für mich immer das schönste Zeichen eines Projekts, wenn man sieht, dass das Projekt dort weitermachen kann, wo schon ganz viele Initiativen und Ideen herum sind. Ich weiß, dass ich die Kredite sein kann. In diesen Monaten, in denen es nicht regnet, und das sind doch etwa acht Monate, müssen die Bäuerinnen und Bauern ein Einkommen haben, Geld verdienen können, zusätzlich zu dem, was sie geerntet haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020